Musik Äh, moin ihr Baggerlooten und herzlich willkommen zu diesem kleinen Mal zwischendurch an diesem heutigen Freitag Level 99 X-Rage Also Level 99 Axtwut Äh, ja, ist ein kleines kostenloses Spiel wieder auf Ichigo gefunden So, ich muss aber mit der Lautstärke ein bisschen aufpassen Und wir starten instant in ein neues Spiel Das Ende der Welt Die Toten heben sich Ich nehme meine Axt Bauche meine Kippe Und gucke böse drein Also ich muss sagen Ich finde es ein bisschen witzig So, dieses Ding ist, ja, was ist denn das? Das ist so ein dieser typischen 80er Jahre Over-the-top-Krügel-Spiele Also es geht eigentlich nur um mega viel Gewalt So, und jetzt wollen wir mal gucken Ich hab, wie gesagt, ich war bis Kann ich zurück? Ja Hier hab ich gerade mal in den Einstellungen geguckt Ob ich bis hier, äh Wie das mit der Lautstärke ist, aber Geil, ich kann's kapitern Oder ist ein Gegner? Auge Oh, ja, super Ja, mach mich doch kaputt, oder was? Lol, what the heck? Wow Ja, spuck mich bitte an Genau das ist das, was ich wollte Komme ich da hoch? Nee, ne? Nee Alter, wir sind jetzt schon fast kapheister gegangen Oh, the heck Lol Da unten war ein Vieh Warte mal, aber hier war doch ein Vieh Komme ich da irgendwie ran, oder so? Was ist hier denn bitte los? Geiler Soundtrack Warte mal Nee What the heck? Huch Was hab ich denn gemacht? Öh Okay, ich hab keine Ahnung Ah Ja, natürlich Ja, genau So soll das auch sein Der alte Pff, hallo Irgendwie sieht das hier aber ganz schön merkwürdig aus Das muss ich doch kaputt kriegen, oder? Nee Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie parrying kann Oder irgendwie Oh, guck mal Da gibt's Papas Fritas Igitt Was für ein ekelhaftes Vieh Uoioioi Ja, sieht doch schön aus, oder nicht? Hä? Ach hier, ah, okay Ich spiege es mit dem Controller Ist recht easy Ähm Witzig Es ist halt so ein bisschen You got Zegnam key Okay, und nu? Jetzt wieder weg, oder was? Okay Och, geh doch weg da, Alter Hallo Kaputt Fly Bastard Lol Ja, ich sterbe halt einfach schon Bier Bier Ja, Bier ist geil Bier ist, glaube ich, okay Okay, und jetzt habe ich meine, jetzt habe ich meine Mega Power voll Bin instant gestorben Press start to continue Ja, alles klar Aber wir fangen wieder Ja, war mir klar Das ging wieder am Anfang Am Anfang Lol, what the heck Der fängt bestimmt gleich wieder mit dem Schießen an, oder? Nee, guck mal Diesmal ging's Diesmal ging's Boah Ach, toll Pfff, natürlich Klar, genau Was für eine Kacke, ey Lol Ich ralle das alles nicht Ah, ja, die Dinger wieder So Eieiei Ja, äh, was soll ich hier großartig sagen? Huh, was war das denn? Ja Also, ich muss sagen, einfach ist das Ding nicht Mega Attacke Okay War das cool? Ich glaube, das war cool Ich glaube, das war cool So, das muss ich einsammeln Selknam-Ei Selknam-Ei Nicht Ki Okay Ja, pfff Warum nicht? Mach mich doch einfach kaputt, oder was? What the heck? Wein So, und hier soll ich runter Aber ich versuche jetzt mal erstmal darüber zu springen Okay, das war schon mal Oh Was ist das denn jetzt? Hä? Was? 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 Äh Okay Ich habe mich geheilt, glaube ich Okay Ich glaube, ich habe mich geheilt Vielleicht habe ich hier sogar gespeichert Das weiß ich noch nicht What the heck? Metallwache Oh, ich komme mich Ich glaube, ich komme dann da nicht mehr lang Wow Ja, guck mal, guck mal, guck mal Jetzt komme ich so langsam rein Okay, warte mal Aber darunter konnte ich auch nicht Nee, dann ist das richtig Dann ist der Weg richtig Ähm, es ist ein witziges Spielchen Oh nein Oh Gott Nein, nein Jetzt ist der nicht gesprungen Ich habe springen gedrückt Ganz ehrlich Bitte nicht am Anfang Oh, Gott sei Dank Oh, das hatte ich mir halt nämlich gedacht schon Gut, okay Okay, gespeichert Volles Leben Oh, Gott sei Dank Das wäre es jetzt auch nochmal gewesen Ich glaube Naja, dann ebenso kaputt Ist in Ordnung Ich glaube, nochmal Bock drauf Hätte ich nicht gehabt Boah So Ein Kompleto Was auch immer das ist Boah Nein Die Schumpf wieder Ey, die Springanimation Ist für den Arsch Und ich schreie so Weil mir das alles ein bisschen zu laut ist Mann Ist nicht einfach Weil manchmal Manchmal springt der Nicht einfach so Ey, der hat mich nicht getroffen Hey So Vorsichtig mit dem Springen sein Immer ganz genau Sandwich So Ich würde gerne da oben rauf Oh, aber da ist jetzt dieses Vieh So Weg Und rüber Geht nicht Komm ich nicht hin Lol Und du? Was war das denn? Wie habe ich das denn gemacht? Hä? Ich glaube, ich habe irgendwie ein Kombo gerade gemacht Cool Ja, pfft Natürlich Sammer Typ Jumpfucker Lol What the heck Achso Ja, klar Genau Schieben kann ich das? Ach, guck mal Ich kann ihn schieben hier Ja und nu Okay und jetzt? Muss ich da vielleicht noch ein paar mehr rein? Nee, das geht doch nicht Oder muss ich doch versuchen da oben hoch zu hüpfen Ja, guck mal Jetzt hat es geklappt Geh kaputt Viech Ja, natürlich Hau du mich doch Oder was? Alter What the heck? Fly Bastard Also ihr seht den Namen gar nicht, ne? Ich merke das schon Okay, kaputt Boah, ey What the heck? Rockbreaker Okay, damit kann ich jetzt Steine kloppen oder was? Oder wie? Häh Was war das denn? Irgendwas hab ich gemacht Ich weiß aber nicht was Ah, okay Guck mal, jetzt kann ich das hier kaputt machen Alles klar Jetzt haben wir diese Dinger wieder Jumpfucker Ja Gut Ich zensiere es dadurch, dass ich drüber stehe Ist in Ordnung für mich Kann ich mit umgehen So Muss ich jetzt wieder in diese Richtung Oder was? Na, vorsichtig War hier noch irgendwie eine Möglichkeit? Boah So, okay Den hab ich kaputt gemacht Kann ich den schieben? Ne Das geht nicht Wo soll ich denn jetzt lang? Das geht auch nicht Genau Heil dich mal Und speichern mal ab an der Stelle Ja Witzig Also man muss da tatsächlich so ein bisschen Irgendwie reinkommen Ein bisschen hintersteigen Aber dann geht das eigentlich Ich weiß nur nicht so recht Wo ich jetzt hin soll Level up Wie level up? Oh, guck mal Ach Ach Ach, guck mal Those can be Too bad This is kinda warm Okay Fine Sandwich Ja So Steine Okay The names of the enemies Okay To move and smash some elements Okay Komm, fick Nee Skills Ah Skills Guck mal Einmal rum und dann die Axt Einmal von links nach rechts Okay Na Okay Ah Okay, okay, okay Dann wird auch ein Schuh draus Hab ich verstanden So Wieder dahin Jetzt springen Hat er gemacht Hat er gemacht Sehr schön Aber jetzt ist halt die Frage Was ich jetzt als nächstes machen soll Du gehst mal bitte kaputt Ah Da ist ja noch ein Vieh Hallo Äh Jetzt kommt wieder der Wow Warte So Geh kaputt Einfach nur witzig Die Viecher hier, ey Boah Fly Bastard Ach warte mal Jetzt ist ja was anderes, oder? Nee Oh, warte mal Komm ich irgendwie da unten lang? Ich glaub Oh Ups Irgendwas hab ich gemacht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich hab das Gefühl Ich muss da unten irgendwie lang Aber ich weiß nicht Wie ich da lang kommen soll Hallo Hilf mir mal irgendwie Verpiss dich Danke Jumpfucker Was die Viecher für einen Namen haben Ey Im Ernst So Geh kaputt Oh Weiter Ja Ach komm mal Diesmal ging's Diesmal war's okay Es ist halt einfach Glaub ich nur mit Möglichst Brachialen Mitteln Na Fuck Den Sprung muss ich machen Ähm Oh Gott Möglichst Brachialen Mitteln irgendwie Die draufzimmern Ohne Rücksicht auf Verluste Und gar nicht dran Aha Okay Weiter Gar nicht dran zu denken Irgendwie Okay Ich muss mich mal um meine Health Irgendwie kümmern Dass ich nicht getroffen werde Sondern Gegenheilen Draufhauen Gegenheilen Ja Haha Guck mal Und das will ich mal versuchen jetzt Item Use Ich benutze das Bier einfach mal Okay Ja Das macht die Das macht tatsächlich auch das Ist noch ein Hund Irgendwie noch ein Wuffi Weiter Drauf 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 Nice Du Nice Du Okay Das könnte ich verschieben Ich glaube dann Verschiebe ich das auch lieber Man statt Als ich Kein Peister Wer bist du denn Brutalion Da oben Komm ich nicht lang Kacke Da müsste ich vielleicht nochmal gucken Ob es da noch eine andere Möglichkeit gibt Warte mal Das werde ich schon Würde ich auch von dem hoch kommen Ja okay Okay kann ich aber auch nicht verschieben Okay da würde es weiter gehen glaube ich Deswegen Werde ich mal wieder hier lang hüpfen Ah guck mal weiter es gibt hier richtig Stuff Wer ist er denn Was ist das denn Widerliches Vieh ey Wie gesagt das Spiel ist äh kostenlos Wie hier denn Okay Das Spiel ist kostenlos Link und alles ist unten in der Videobeschreibung Wie die meisten äh mal zwischendurchs Äh ist ein niedlicher witziger Plattformer mit Draufhauen In absolut Over the top Ah In absolut over the top man hier Was äh Was Brutalität betrifft Ich meine guckt euch Guckt euch an wie das Vieh zersplattert Okay raufhüpfen Achso die können aber durchholzen Oder was Beuschen wer bist du denn Level up Mach es kaputt Hau drauf So Haul on of Ritas Ah oh Okay Skills Wird gern noch ein bisschen Mehr irgendwie Naja gut Item use Berliner Bier Äh Ja Mach mal Nimm mal Nehmen wir so Deine Enemies kann man sich die nochmal an Da Jump fucker What the heck ey Super So weiter komme ich dahin Nicht Mal gucken wo ich jetzt hier lang komme Da bin ich von da oben dann Okay Was ist das denn What the heck ey Mutantenkopf Haut drauf Vieh Okay Weiter im Text Weiter im Text Wie komme ich denn da oben jetzt hin Kacke Ich kann noch drauf Wow Okay Ich kann noch nach unten Okay Warte mal Extra What the heck Nice Geil Geh kaputt Geh kaputt Auge Hier Alien Alien Tentakel Okay Warte mal Da gibt es doch einen Trick bestimmt Oder Ich komme da nicht an Ach man Keine Ahnung Gibt es bestimmt Möglichkeiten Aber Die fallen mir noch nicht auf Ein Ja Brutal Ey was Was für eine Hausnummer ey Lol Total super Achso Ja genau Das war das was ich wollte Ja Äh Item use Nutze Pollo Nutze Wein Und Bier Okay Ja und mach gleich wieder Hol dir gleich wieder Damage ab Hol dir gleich was ein bisschen In die Fresse ab Ja Super Idee Ganz tolle Idee Also Was soll ich denn gemacht Okay Der haut ganz schön rein Oh Hyper zombie Junge Ne Oh Gott warte Skills Ne nicht Skills Sondern Item use For you For you Sandwich Alter Okay hier Ist nichts weiter Dann geht es halt weiter Ach scheiße Komm schon Es ist ein niedliches Spiel Viel mehr gibt es da Nicht zu sagen Ach da Doch du verarschst mich Wie soll ich das denn Kann ich das Ding machen Schieben oder so Ne Irgendwie müssen die doch Irgendwie sehen die doch nach Sachen aus Die man so machen kann Genauso wie es da oben Eigentlich auch irgendwo Weiter gehen muss Muss ich Muss ich vielleicht laufen Und brennendem Typen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal